So, Hallihallo ihr Lieben, wir befinden uns in World of Warcraft Dragonflight Version 10.0.2 Wir sind hier in Taldrassus auf den Dracheninseln, ein bisschen südlich vom Waldracken, der Hauptstadt und sind jetzt hier bei der Quest bei einer Bronzestoppuhr. Der Plunder eines Draconiden bringt die Taschenuhr zu Grünpech in den Gärten, 2 Gold 80. Nehmen wir mit. Und dann runter hier, zack, zack, zack. Na, komm. Ja. So, da sind wir bei Grünpech. Und dort können wir die Quest dem Plunder eines Draconiden abgeben. So, super. Damit ist die Quest der Plunder eines Draconiden auch abgeschlossen. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet gerne auf meinen Twitch-Kanal. Ansonsten lasst auch gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten würde ich jetzt auch noch sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.